ja bitteschön das ist jetzt ein vogel als angelfreund unglaublich okay dann werde ich mal sagen wir gehen jetzt hier so langsam mal richtung dingens kirchens bummens und raus hier willkommen in der metapherwald da wollte ich gar nicht hin zurück auf die weltkarte gehen wir zu lilly hallo lilly rex der dinosaurierjäger ja guck mal ich habe hier noch einen coolen star hat gefunden cool das ist aber dankeschön was ist das für einer what ich bin ein armadino du schießt voll daneben so blöd ich werde immer wer versteinert und am ende haben wir eine steinere schwester geil gut okay wo geht es jetzt hier weiter da hier metapherwald darum jetzt gerade da wollen wir mal weitermaken fangen wir gleich mal an hilft dem pfadfinder sein verdienstabzeichen zu bekommen okay hack 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 eine menge crash dummies einer der brennt ein typi mit mega monster super überbrille hilft dem pfadfinder sein verdienstabzeichen zu bekommen gib ihm zuerst sein werkzeug um diesen baumstamm zu schnitzen da hilft ein bieber hier oh mein gott ähm feuer sich halt als nächstes gib dem pfadfinder etwas um die puppe zu löschen die decke hey die decke hat angefangen zu brennen löschdecke äh mann ja da kriegst halt ein löscher ist ja nicht billig jetzt wo das pfeuer aus ist braucht der pfadfinder etwas um die wunden des dummies zu heilen ich will das mal angucken welche wunden des dummies und kleber ob die vor kleber klebstoff hier das bleibt an dem Kleben so oh mein Gott ein Wundpflaster Bandmaler Wildpflanze gibt's kein Pflaster heißt das im normaldeutschen anders Pflasterer hier ein Pflaster über die Elben wieso Scheiße hey das ist doch blöde eine Binde Mann oh ein Zombie ist draus geworden Zeit zum Zielschießen gib dem Pfadpfünder als erstes die richtige Schützenausrüstung Mann ey ähm Eier Wieso gibt's keine Railgun Mh 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 Kalaschnikow Käseschnitte wenn man Käseschnitte gar nicht so gut schießen ne Ach man ey Scha 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 Gewehr Gewehr Du schön Daneben wieder daneben und macht ihm Spaß im Der hat die echten Satelliten runtergeholt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat einen Satelliten abgeschossen mit einer Schaubschützung geholt und nicht verkackeierend. Junge, Junge! Weiter geht's, oh yeah! Juh, gibt's hier das Angst vor Insekten? Diese Insekten sind zahllos. Hilf mir, sie fernzuhalten! Flammenwerfer, bin ich heute brutal! Bitteschön! Der Baum ist kaputt! Okay, Meister Koch, was gibt's? Meine Nase ist nicht gut genug, um alleine Trüffel zu riechen. Dann gib mir erst mal den Hut. Dieser. Da. Oh! Das, das ist nicht bequem zum Schlafen. Ich schaffe etwas besseres für einen Rucksack-Touristen. Krass. Bett. Komisch. So, was wollt ihr die jetzt hier nochmal? Habt ihr das ganze schon dafür? Ah, ja, 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 ja. Da wollten wir ein Schwein. Haustier. Bitteschön! Aha! Oik, oik, oik! Oh, das fährt mega dämlich an. Das ist aber ein komischer Trüffel. Öh! Jetzt müsste das Schwein theoretisch etwas sterben. Hm, 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 hm. Was willst du denn hier? Der Verhinderer, dass Jack diesem Baum fällt. Da brauchen wir ja Öko-Aktivisten. Ökologen, genau, auch egal. So. Hm. Na los, du musst mit dem reden. Du musst... Geh... Was will der? Ich muss diesem Baum fallen, aber ich habe kein Werkzeug. Hm. Hm, 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 hm. Muss man sich wieder entscheiden. Hm. Hm. Na, was ist mit dem da? Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ein Eigelb. Boah. Beschütze mich, Junge. Nee, nicht doch das Schweinehätscheln. Okay, jetzt lässt er mich wenigstens in Ruhe. Oh mein Gott. Was ist das? Ein Zahnstocher? Cool. Oh, die arme Eule. Jetzt ist die Eule auf mich scharf. Oh. Die Eule macht mich noch tot. Gib mir deine Säge. Ah. Okay, okay, okay. Wie machen wir jetzt die Eule kaputt? Genau, mit der Giraffe. Die aggressive Giraffe. Mäh. Mäh. So. Tja, Eule hat sie mal nicht mit der Giraffe angelegt, ha? Oink, 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 oink. Was ist das? Ein Baum. Oh mein Gott. Oh ja, hier gibt's was. Hier verwenden? Ah. Ach nee, das ist einfach bloß, das leuchtet nur. Okay. Okay. Giraffe weg. Hm. 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 Raumschiff. Das fand ich cool, das Raumschiff. Ich habe meine Bigfoot-Hölde gefunden, brauche aber etwas zum Dokumentieren. Dokumentator. Schriftstück. Da. So. Mit einem Fotoapparat. Bestimmt. Ja. Ugo Ugo. Bigfoot hat Angst. Boom. Boah. 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 Baby. Hey, Baby. Ugo, 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 Ugo. Mhm, Schamane. Das geht mit euch. Hilf uns, das Baumhaus fertigzustellen. Da brauchen wir einen Baumeister. Baugerüst, finde ich das auch. Nee, ich glaube, das war nichts, das ist nicht hier. Oh. Ah, nee. Bauarbeiter. Oh, das ist auch nicht so schwer. Ja, das ist ein Baumhaus. Wie man sieht es, ist ein Haus auf dem Baum. Und, was ist das, was ihr wolltet? Was gibt es hier noch so zu holen? Oh, ein Drache. Verlorener Delta-Segner. Juhu. Wir haben einen coolen Drachen. Oh, ist denn hier noch so? Reiten. 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 Absteigen. Reiten. Hüpp. Ah, ha, ha. Oh ja, hoffentlich wird ihm schlecht. Wow, das geht voll ab. Okay. Aha. Kravis Groofthaus. Hm. Mhm. Demon's Crest. Hi. Hm. Dieser sagt, ruft Dinge ins Leben. Ja, und? Ach, der jetzt... Ö, 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 ö. Weil ich da drinne bin. Ne, Drache kann man da nicht reinpacken. Hm, guter Hexenmeister. Und du? Hm. Hm. Dieser Sarg ruft Dinge ins Leben. Check ich nicht, was der von uns will. Das gibt's hier. Wir hätten gerne etwas zum Spielen. Bitte schön. Hm. Die sind ja nett. Verpuffen ja einfach. Oh, was gibt's hier? Befreie mich vom Bösen. Hm. Wie essen die nochmal? Keine Ahnung. Ein Asker. Oh yeah. Haha. Mit dem Flügel in der Hand. Ja, das hast du wieder. Muss der vielleicht beliebt sein? Liebe. Ich bin so lieb. Ach, ein Exorzist meine ich. Exorzist. Genau das habe ich gesucht. Erdgeist. Exot. Everett. Iron Rice. Das wird dir helfen. Ach nee, das ist ein Pfarrer. Das ist schon der Exorzist und der braucht ein Kreuz. Ja, genau so ein Kreuz. Boah, er hat ihn direkt geplättet, Junge. Dieses Haus ist sauber. Kann ich hier nicht irgendwie Katastendruck hochgeben? Hm. Feiern wir eine Party. Das ist die Monster Monster Party. Ei, 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 ei. Nebelmaschine. Disco-Kugel wahrscheinlich.